Hallo Leute, willkommen zu einer Ankündigung. Und ich wollte nur mal sagen, dass ihr mir jetzt auch eure Super Mario World Hacks schicken könnt. Ich werde sie dann let's playen. Also ihr schickt, also wenn ihr mir eine Nachricht schreibt, schreibt einfach oben hin, also betrefft das Super Mario World Hack. Und dann schickt ihr mir einfach den Link, wo ich den Hack downloaden kann. Und ja, dann werde ich den Hack let's playen. Ja, gibt's noch was, was ich sagen könnte? Und ihr könntet mir auch schreiben, ob ich Safestates benutzen darf, wie viele und keine Ahnung. Schreibt mir das einfach und ja, ich freue mich auf eure Hacks. Dann, ja, bis dann.